was geht was geht freunde wir sind wieder wie hier in unserer minecraft welt minecraft mit episode 2 wir haben wir zwei diamanten ach ja leute ich hab alles vergessen die leute wir brauchen nichts wir hatten doch schon eigentlich das ganze dorf ich hab ein weg dabei ich hol mal die bücher mit so leute das ist aber jetzt auch genug und das ist die letzte folge wo wir eigentlich haben also ich habe hier schon gesagt werde ich auf einer stellen leute ja leute am besten noch ich habe hier noch ein bisschen mehr weise brauchen wir damit wir ja leute ok ok Na klar. Okay. Auf jeden Fall Leute. Ja. Ich bin normal Leute. Erstmal gehen wir schlafen. Egal in welchem Haus. Ist mir völlig egal. So Leute. Jetzt schlafe ich erstmal rein. Das kommt heute auch wieder noch drauf in meinem Video. Keine Sache. Hoffentlich. Na ja. Leute. Ist nicht mein Fuss. Schön. Heute. Stimm ich das hier. Gestartet habe. Oder so. Also Leute. Seitdem ich dieses Projekt. Gestartet habe. Eigentlich jetzt nicht. Aber. Seitdem ich hier gestartet habe. Spiele ich mein Fuss. Ganz ganz viele Leute. Ich konnte das nicht. Deswegen kam kein Video. Manche. Ja Leute. Hm. Oh. Dann sehen wir jeder. Oder. Dann bauen wir uns das Haus. Aus. Leute. Ähm. Ich hoffe. Wir bekommen heute ein Haus gebaut. Weil. Das müssen wir ja eigentlich machen. Brauchen wir mal nichts. Dass ich das nicht. Ansonsten dauert das Video. Viel zu lange. Geil. Ähm. So. Habe ich eigentlich jetzt schon wieder gesucht. Hä? Hä? Was suche ich? Hä? Was suche ich? Okay. Ähm. Ähm. Gut. Wann ist das? So. Ach. Teufel. Just. Warte. So. Ich hab' die Niemann. Ich hab' die Niemannstelle. Aber ich brauch grad noch. Kein. Bisher noch kein Diamantschuh. Nein Leute, ich habe wieder Scheiße gecraftet. Nein. Guck mal Leder hin. Nein, ich habe deswegen jetzt gar kein Leder mehr. Oh Leute, bin ich dumm. Oh Leute. Och man Leute, ich bin so dumm. Ich habe mich schon gefragt, warum das so ist. Okay Leute, verlassen wir es mal jetzt auf. Konnte eine dumme Idee sein, aber muss es aber nicht. Ich weiß es nicht, ob es eine dumme Idee ist oder nicht. Ich habe einen Besser noch. Ich habe ihn mit einem Glas. Hohle. Ich habe ihn mit einem Stahl. Die Kohle ist hier an einem, einer Stelle. Die Kohle ist hier auch erfolgreich geborgen. Die Kohle ist hier in der Hand. ein Stückleufel. Wie viel Kohle ist auch hier? Das ist ja alles an den Mund. Ich will heute noch das hier auch an der Kugel mit. Was habe ich hier auf der Seite alles? Oh, mein jemand ist schon freundlich. Leute, ich halte die erste, die ich so gesehen habe. Dann setze ich sie auch ab. Ah, ja. Hey, hey, hey. Hä? Ich hege mir noch alles an einem Stift. Ich habe ja nicht mehr an einem neuen Teil. Wie viel einfach. Jetzt ist hier sogar noch Eis dazwischen. Endlich haben wir mal die Kohle auch. So. Ja, Leute. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht unbedingt Hartz-Kohle. Ich brauche kein Fahrzeug mehr. Klar, nein. Ist mir egal. Leute. Ich gehe hier wieder. Mal hier durch. Und eine schöne Welt. Ist das da hinten eine Wiese oder ist das ein Strand? Ja, es ist ne Strand. Es ist ne Strand. Es ist ne Strand. Es ist hohem Biom. Das finde ich natürlich besser. Aber ich mag zugegeben dieses Biom gar nicht so sehr. So. Dann sind wir auch hier jetzt am Sand. Ich würde mir dann später so gerne, ähm, kalt Glas damit machen. Obwohl ich glaube, man findet jetzt schon genug Sand. Uh, das sieht schön aus, Leute. Jetzt sehe ich nicht Minecraft. Ja, das sieht echt schön aus, Leute. Ich kann sie nur empfehlen. Aber ich glaube, dass der Großteil von euch hat Minecraft und spielt auch Minecraft. Also, mal hier mal zugegeben. Nein, viele Videos. Also, in den letzten 28 Tagen, wo meine Videos, insgesamt, hatten meine Videos gesandt. So hundert auf. So. Äh, ich mein, es ist zweihundert. Dank dafür. Aber, ähm, das meine ich. Irgendwie. Manchmal hat ja so viele, ähm, Verkäufer schon. Äh, also Käufer meinte ich natürlich, Leute. Ich glaube, es sind ja noch nicht mal zweihundert Leute, die meine Videos gesehen haben. Sondern zweihundertmal wurden meine Videos insgesamt auch angesehen. Also. Ich bin dumm. Ich. Zwei. Leder. Ich. Diesmal werde ich das für was Gutes verwenden. ja leute haben wir fünf leder lust gemacht ich bin in die richtung ich habe einen Ohl nicht mehr ein Kunde, so und alle Kuh tut mir leid nein 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 ja Ich gehe lieber da hin, weil ich will nicht hier hin, lieber da sein, Leute. Also die Schuhe kann ich ein bisschen craften, also für die Leere Schuhe, braucht er ja eine Schuhe dafür. So, dann sind wir auch mal hier angekommen, ich gehe mal hoch. So, Leute, wo sollen wir jetzt mal daraus arrichten? Leute, wo arrichten denn unser Haus? Habe ich jetzt zweimal gesagt. Das ist so dumm, wie ich auch sehe. Also das ist so dumm. Leute, ich werde auch gleich frühstücken, also wenn ich jetzt mal... Leute, es ist ein bisschen morgens, morgens, ich will frühstücken. Ich habe gestern Pizza. Und ja, davon haben wir noch ganz viel Rest. Äh, ja Leute, jetzt will ich gleich frühstücken. Ich weiß nicht auch... Ich weiß nicht, ob ihr auch immer ein Pizzarese zum Frühstück isst, oder was irgendwie zum Mittagessen oder so machen. Oh, Leute, Eisen. Aber wie mache ich immer? Uwe, Huga, Huga Huga, Huga Sorry Das ist so dumm, dass ich hier die Sachen mache Alter, ähm So, eine andere, ähm Ich würde sagen, wir errichten unser Haus Genau hier Okay, ja, ja. Ja, ich bin raus hier. Hey! So. So, die Wolze. Lieber ein unterirdisches Haus bauen. Ich würde mich da an den YouTuber Laser-Liefer orientieren. Ja, auf meinen Staffel 2, der ein unterirdisches Haus braucht. Dann würde ich mich orientieren und Leute. Ich hoffe nur, dass das... Ja. Leute? Ich baue jetzt unser Haus mal. Ich muss das mal reinmachen. Ich muss das mal reinmachen. Oder machen vorher. Ich muss das mal reinmachen. Ja. Oh, Mist. Warum bin ich so dumm? Vergesse einfach. Toll. Ich muss das mal reinmachen. Ich muss das mal reinmachen. Und so. Warum finde ich eigentlich jetzt... Achtet kurz. Ich muss etwas holen. ... Ich werde... ... Soll ich es? Wie ist es? Ich glaube, das ist ein Holz. So Leute, erstmal schön, Prost gemachte. So, mal Holz gebaut. So Leute, jetzt haben sie eigentlich die ganze Zeit so. Äh, naja. So Leute, ich baue doch kein unterirdisches Haus. Und ich hab halt da nicht mal so groß. Die anderen haben alles rausgehauen oder so. Das werde ich auch. So. 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 How are you doing? So. 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 and tell me how they are. in the part. gut so ich kriege nämlich feier und zwar unser Bett und ganz schüttlich So Leute, erst mal. Warum sag ich die ganze Zeit so? Gut. Mal mal hier die Erde platzieren. Kann ich sie sehen? So. So. Eigentlich weiß ich das hier auch nicht. Was können wir uns tun? Warum? Leute. Ich werde euch gleich zeigen, warum. Ich muss mal unsere Werkbank holen. Werkbank ist am Start. So. Jetzt kraft. Ich. Jetzt. Das noch. Warum? Ich bin ein Wichwes. Ah Leute. Ich brauche aber keinen. Bis jetzt. Bis jetzt, ja. Ja, ähm... So, ich wollte mir, ähm, das hier bauen. So, hol ich mein Bett hier. So. Ja. Ich bin auch vielleicht nicht der beste, aber Leute, ich warn euch nur. So Leute, jetzt haben wir ein Relation. Schön. Das geht wohl. Ich hoffe, dass ich jetzt erst vor 5 Sekunden gebaut hab. Ja. Ich muss mir einen Oben bauen. Das zeige ich gegen... Ich weiß nicht, dass ich alles schiebe. Ey, Leute, ich will das nur verschieben und dann... Boah. So. Hier will ich später auch. Ich muss mir öffnen, dass ich hier mindestens 2 dann... So. Ja, mindestens 2 dann in der Stein. Was ist das? Wir brauchen keine Schilder mehr. Oh. Oh. Ja, das wird besser. Oh. Oh. Ja. Oh. 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 Hallo, die beginnen uns ja noch kurz ne Kiste holen. Ja, ähm, ich brauch halt nicht die Kiste, ne? Ich brauch kein Ritz-Dump-Huhr. Äh, ja, ich wollte ihn noch. Oh nein, ja, nicht genug kurz. Ich brauch kein Holz mehr, denn mein Lied ist nicht so gut. Ja. Lull. Lass ich mal das... Und, ähm, was ist denn die wir haben? Haben die? Ich brauch hier denn drei. Egal. Ich schieße mal grad ganz rum. Huch! Ist mir gar nicht aufgefallen. Huch! So... Und... 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 Auf... Auf... Ding stellen. Ich hab Leute jetzt auch hier... Und... So kann ich das nicht... Damit man hier nicht von der Seite so gute Bücher zieht. Das gibt irgendwie keinen Sinn. Und... 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 So Leute, aber wir haben... Das wichtigste noch nicht. Nämlich... Das um den Hau. so... Und... Dann... Okay, nur ein Baum. unser Haus zugegeben, ich würde gerne nicht hören, dass wir jetzt erst vor fünf Sekunden geführt haben. Oh Leute, das wird ne langen Folge. Ich dauere jetzt schon 30 Minuten. Da braucht man noch fünf Holz, weil mit fünf Holz kann man sich einen ganzen Steckmaschinen bearbeiten. Nein, wir fehlen jetzt nicht mehr. Nein, wir müssen jetzt 30 Minuten haben Leute. Zeig die mir? Nein. Nein, das ist mein Spaß. Nein, das ist mein Spaß.